Hallo und willkommen bei einer neuen Part bei ML Brosting. Das Update habe ich jetzt gemacht. Jetzt spielen wir auf 1.1. Vorher war es auf 1.1.0. So, also habe ich gerade mal fix geupdatet. Und jetzt versenden wir den Brief. Genau, mir habe ich ja die Schulde abbezahlt. Deswegen habe ich jetzt kein Geld zur Verfügung. Das heißt, erst mal ein bisschen Geld farmen gehen. So, erst mal ein paar Früste erdnen am besten. Hier zum Beispiel. Und Hi, was willst du? Ah, cool. Dann bekommen wir wieder ein Geschenk. Geilo. So. So, erst mal gucke, was hat die uns da überhaupt gegeben. Ähm, eine Kaffeeautomate. Oh, wir können hier sogar einen Kaffee uns machen. So. Packen wir einfach unsere Wunden an. Und dann geben wir aber erst mal ein paar Früchte verkaufen. Also, wir geben die wir Geld zusammen bekomme. So, hier noch ein paar Äpfel, wenn wir auch verkaufen. So, mal gucke, wie viel Geld ich mir in dieser Part machen werde. Vielleicht nicht mal ganz so viel im letzten Part oder vorletzten Part. Ähm, aber natürlich so viel verkaufen wie möglich. So, die ganze Bäume sind schon wieder leer. Dann gehen wir erst mal über diese Brücke hier. So, das Schmetterling hatte wir bereits. Ähm. So, dann geben wir die Leiter erst mal da hoch. Und wir haben ein paar weitere Nugmeile. Und mit den Nugmeilen können wir uns bald ja wieder etwas kaufen. Dann wollen wir im Vergleich gucken, was wir uns dann diesmal für die Nugmeile uns holen werden. So, erstmal bis ich das verkaufe. So, hallo. Das sehen wir wieder. Ähm. Was verkaufe. So, behalte wir. Ach komm. Das Müllbesuch brauche ich wirklich nichts. Verkaufe wir. Ähm. Das wird eigentlich alles für jetzt. So, mal gucke. Wir wollen ja noch etwas versenken. Was haben wir da? Was heißt nicht unbedingt alle Leute habe? Hm. Wohl nicht. Gucken wir mal. Wie viel kostet den Flamingo hier? Ist das verrückt? 3000 Sternen. Und das Ding hier. 1500. Und das Ding kostet wie viel? Ah komm. Holen wir uns. Dann versenken wir zwei. Und dann noch ein Gesenktpapier. Damit das Ding auch noch verpacken könne. Und ja. Eins holen wir. Dann wollen wir auch mal direkt mal verpacken. Wunderbar. So. Dann gehen wir mal schön hin und dann werden wir das erstmal versicken. Dann gehen wir erstmal da runter. So. Genau hier wollen wir hin. Sachen. So. Bitte versenden. Karte verwenden. So. Gerne anfreund. Und dann wähle ich ihn aus. So. Schreibe kurz mal was. Und werde das hier auswählen und versenden. So. Klasse hat mir das versendet. Wunderbar. Und ein weiteres Geschenk. Versenden wir genau. Wieder anfreund. Das ganze geht dich mal an Conner Greg. So. Mach einfach Hi. Wäre nur etwas mitsenden. Wunderbar. Sehr gut. Ähm. Nö. Das wäre erstmal alles bis jetzt. Okay. Gut. Dann Gevi wieder. So. Dann können wir erstmal gucken, ob ich gerade so bei habe. Okay. Wollen wir erstmal unsere Haushalte weiter abbezahlen. So. Das können wir ein bisschen auf die Bank habe. Ich würde mal so sagen, dass ich langt nun erstmal. So. Mh. Auf die Bank. Äh. Komm. Müsste weiter die Schuld abbezahlen. Gerade verkleckt. So. Wow. Dich mal bezahlen wir aber alles. So viel gehört ich das da gar nicht. So. Nugmeile einlösen. Ähm. Würde ich da mal sagen. Dann holen wir uns. Okay. So viel hat er gar nicht mal so zur Auswahl. Obwohl da eine Sauna mir das zur Auswahl. Gut. Dann holen wir den da halt. Dann haben wir da erstmal eine Anleitung dafür. Dann wissen wir wie immer Säulen baut. Wenn wir das nächste mal wieder welche brauchen sollte. So. Weiter einlösen. Eine Nook Handyhülle. Ähm. Das andere brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das haben wir ja. Dann würde ich sagen als letzter holen wir die Nook. Handyhülle. Einlösen. So. Wunderbar. Ähm. Genau. Die lernen wir erstmal. Wunderbar. So. Dann Tom Nook wieder. Ähm. Was soll ich tun. Okay. Erstmal können wir da nix machen. Okay. Die beiden Sachen brauche ich nicht. immer noch nicht. So. Dann sag ich mal. Gehen wir erstmal gucken was wir noch so machen können in unserer Stadt. So. Briefe haben versendet. Wunderbar. Die Schäune haben wir gekauft damit die auch nachbauen können. Falls man wieder welche brauchen sollte. Ja. Dann würde ich einfach mal so sagen. Wenn wir soweit jetzt fertig sind. Gehen wir einfach mal an. andel. Und komm. So müssen wir leider näher dran. Jawoll. Oh, ein weiterer Fisch So, kann ich vielleicht einfach gucken, was ich mir so neu habe Den Fisch haben wir auf jeden Fall nicht neu Das heißt, ich werde erstmal weiter gucken Ob ich noch ein paar weitere neue Fische überhaupt finde Das heißt, wir werden schön mal die ganze See abklappern So, nee, das ist noch ein Schmetterling Okay, ich hole mir da kurz den Fisch raus Wunderbar Und geben wir da kurz weiter Ah, da haben wir noch eine wunderschöne Brocke Einreife, ist klar Ja Was können wir da anbauen Ah, sowas hier Brauchen wir eigentlich nichts So, wir haben eine Nugmeile So Aber da haben wir noch Fisch Komm, hol die mit uns Langt das schon so Ja Kannst mal gucken Ne, Fisch haben wir leider aktuell nichts Neues Finden die auch leider aktuell im Moment nichts So Hier leider auch nicht Ah, der ist leider weg So, geh mir kurz mal runter An dem Meer Dann möchte ich mir da doch eigentlich etwas finden Ja, da haben wir glaube ich einen Fisch Nö Nö Nix Nur der Schattel von dem Baum Na gut, ich denke mal Für den heutigen Tag Hätten wir erstmal einiges Äh, gemacht Die paar Fisch Hier können wir auch den nächsten Part Auch dann wieder verkaufen Mal gucken Für den heutigen Tag Aber wir haben hier fast so einiges Erledigt Was mir so vorhatte Aber den Fisch hier will ich noch Oh Mist Aber da haben wir einen Brocke Na, kommt er her Kehren gerade aus Wir müssen näher da ran Am besten von dieser Seite hier Weil er so komisch steht Wunderbar Guckt er noch ein bisschen näher So, jetzt kommt er Wieso drehst du ab? Und komm Gibt's doch nichts Aber jetzt Und da haben wir Leider haben wir noch kein neues Fisch gefunden Um abzugeben Aber dafür bekommen wir hier paar Nugmeile hinzu Wunderbar Hier haben wir soweit nix mehr Oder? Jep Haben wir soweit nix mehr Gut, dann würde ich sagen Für heute ist der Part erst mal am Ende In dem nächsten Part geht es dann weiter Sag ich mal bis dann nix mehr Leute Bis denn und haut rein Sag ich auch schon mal Es geht noch mal am Ende Ich will sich hier